Als die windende und wimmelnde Masse von Psychoviren die äußere Abwehrzone durchbrach, sahen wir die Verteidiger in Grauen zurückweichen. Bleibt ruhig, verwendet eure Flammengewehre, rief der Kommandeur erfolglos. Es ist wohl bekannt, dass die Psychoviren ihre Beute mit Psychoterror lähmen und dann ihre ausgehungerten Larven sorgfältig und bei vollem Bewusstsein der Opfer in die Gehirne implantieren. Sogar mit den besten Waffen können nur die diszipliniertesten Truppen dieser furchtbaren Attacke widerstehen. Lady Deirdre Sky – unser geheimer Krieg